Männlich, 57 Jahre, Tachiarhythmia absoluta. Wir erwarten euch in 20 Minuten. Wir bringen Herrn Dietmaier kein A-Problem, kein B-Problem. Initiales C-Problem mit Tachiarhythmia absoluta, normotone Blutdruckverhältnisse. Kein D-Problem, kein E-Problem. Ich wiederhole nochmal, Herr Dietmaier, 57 Jahre alt. A ist frei. Sättigung ist 95. Atemfrequenz ist bei 14. Ich auskultiere. Kein B-Problem, dann gehen wir weiter zu 10. BKG kommt. Pulse sind tastbar, aber weiterhin a-rhythmisch. Kein D-Problem. Kurzinfusion Metaprolol und dann Chemie und Rubanee überwachen. Bis zum nächsten Mal. Chris Hilbert. Bis zum nächsten Mal.